Five-Card-Dro ist eine bekannte und wahrscheinlich die älteste Poker-Variante. Aus ihr entwickelten sich alle heutigen Ableger des Pokerspiels. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist die Variante dem Droh-Poker zuzuordnen. Spielablauf Five-Card-Dro wird von zwei bis maximal sieben Personen mit einem Paket zu 52 Blatt französischer oder angloamerikanischer Spielkarten gespielt. Ein beliebiger Spieler teilt so lange Reihum die Karten einzeln und offen aus bis ein Bube fällt. Wer diesen erhält, ist Geber in der ersten Runde. Nach jedem Spiel wechselt das Recht zu geben im Uhrzeigersinn. Vor Beginn eines Spieles zahlt jeder Spieler den festgelegten Grundeinsatz das Ante in den Pott. Dann erhält jeder Spieler fünf Karten einzeln und verdeckt. Die verbleibenden Karten werden verdeckt als Talon in die Mitte des Tisches gelegt. Ziel ist es die höchste Poker-Kombination zu erhalten oder durch geschickte Spielweise die anderen Spieler zum Aufgeben zu bewegen. Nach dem Teilen erfolgt die erste Wettrunde. Der Spieler zur Linken des Gebers hat als erster zu sprechen. H. Er kann entweder abwarten und keinen Einsatz tätigen oder Wetten Die H. Innerhalb der erlaubten Grenzen einen Einsatz in den Pott zahlen. Wartet dieser Spieler ab, so kann der nächste Spieler ebenfalls abwarten oder wetten. USW. Sobald jedoch ein Spieler gesetzt hat, können die folgenden Spieler nur mehr entweder halten und denselben Betrag in den Pott einzahlen oder erhöhen und einen höheren Betrag als der vorhergehende Spieler setzen oder aussteigen. In diesem Fall legt der Spieler seine Karten verdeckt ab und gibt dieses Spiel verloren. Falls ein oder mehrere Spieler gesetzt haben, wird die Wettrunde so lange fortgesetzt, bis alle Spieler entweder den Einsatz gehalten haben oder aus dem Spiel ausgestiegen sind. Ein Spieler darf innerhalb einer Wettrunde den Einsatz nicht zweimal in Folge steigern, es sei denn, ein anderer Spieler hätte zwischen den beiden Geboten erhöht. Wenn also ein Spieler die Runde mit einer Bett eröffnet oder einen Reiß setzt und alle folgenden Spieler entweder halten oder aussteigen, so ist diese Wettrunde beendet. Gewöhnlich darf in einer Wettrunde maximal dreimal erhöht werden. Nachdem ein Spieler eröffnet hat, kann erhöht, überboten und mit einer dritten Erhöhung die Wettrunde abgeschlossen werden. Nach der ersten Wettrunde folgt der Kartentausch. Jeder Spieler kann nun die ihm unbrauchbar erscheinenden Karten verdeckt ablegen und erhält danach die gleiche Anzahl Karten vom Talon. Üblicherweise darf ein Spieler höchstens vier Karten tauschen, doch sollte man diese Anzahl unbedingt vor Beginn der Partie vereinbaren. Da vielfach der Tausch auf höchstens drei Karten beschränkt ist, manchmal aber auch ein Tauschen aller fünf Karten erlaubt wird. Einmal abgelegte Karten verbleiben auf dem Tisch und werden dem Talon nicht wieder hinzugefügt. Keinesfalls darf ein Spieler seine abgelegten Karten erneut aufnehmen, falls die Anzahl der verbleibenden Karten nicht ausreicht, um alle Spieler mit neun Karten zu versorgen. So werden zuerst alle Karten des Talos mit Ausnahme der letzten Karte ausgeteilt. Anschließend werden alle früher abgelegten Karten eingesammelt, gemischt und es wird weitergegeben. Die letzte Karte des Stapels darf nie gegeben werden, sie wird stets zusammen mit den abgelegten Karten gemischt. Der Sinn dieser Regelungen ist, dass die unterste Karte des Stapels infolge einer nachlässigen Handhaltung des Kartengebers von einem Spieler erkannt werden und dieser daraus einen Vorteil ziehen könnte. Nach dem Kartentausch folgt eine zweite Wettrunde. Der Spieler, der in der ersten Wettrunde zuletzt erhöht hat bzw. falls keine Erhöhung stattgefunden hat, der Eröffner der ersten Wettrunde muss als erster sprechen. Sollten in einer Wettrunde alle bis auf einen Spieler aussteigen, so gewinnt dieser verbleibende Spieler den Pott. Er braucht sein Blatt nicht vorzuzeigen. Sind nach der zweiten Wettrunde noch zwei oder mehr Teilnehmer im Spiel, beginnt der Showdown. Der Spieler, der zuletzt erhöht hat bzw. falls niemand erhöht hat, derjenige, der die letzte Wettrunde eröffnet hat, muss seine Hand vollständig vorzeigen. Alle im Spiel verbliebenen Spieler können nun nacheinander ihre Gewinnberechtigung nachweisen und ebenfalls ihre Karten aufdecken. Der Spieler mit der höchsten Hand gewinnt und erhält den Pott. Im Falle von gleichwertigen Kombinationen wird der Pott unter den Gewinnern aufgeteilt. Der Pott kann natürlich auch schon früher gewonnen werden, wenn in einer Runde alle Spieler bis auf einen ihre Karten ablegen und aufgeben. Sehr häufig gilt die Regel, dass ein Spieler die erste Wettrunde nur dann eröffnen darf, wenn er ein paar Buben oder ein hörwertiges Blatt besitzt. Dieses muss er am Ende des Spieles vorweisen. Wenn in einer Runde niemand eröffnet, so bleiben die Einsätze im Pott und die Karten werden zusammengeworfen. Die Spieler zahlen wiederum ihre Grundeinsätze ein und der Spieler zur Linken des Teilers gibt die Karten für das neue Spiel. Der um die zusätzlichen Einsätze vermehrte Gewinntopf heißt Jagdpott. Diese Bezeichnung aus dem Pokerspiel ist in die Alltagssprache eingegangen. Gelegentlich wird mit 53 Blatt gespielt. Die H. Dem Paket wird ein Jokker hinzugefügt. Der Jokker kann je nach Vereinbarung jede beliebige Karte ersetzen oder aber nur mit folgenden Einschränkungen verwendet werden. Der Jokker wird im letzteren Fall auch Bug genannt und darf nur zur Vervollständigung eines Straight Flush, Straight Flush oder Royal Flush oder als Ass verwendet werden. Beim Spiel mit Jokker bilden fünf gleiche die höchstwertige Kombination und schlagen ein Royal Flush. Wird der Jokker nur als Bug verwendet, so sind fünf Ese die einzig mögliche Fünverkombination.